und ich habe da ein Plan, dazu brauche ich aber eben das Auto. Nehmen wir das Auto hier mal eben bei der Oma. Ach ne, der fährt ein Typ. Ich dachte schon. Wow! So... Don't fuck your mama. Warum? Schrecklich diese Ausdrücke hier. Ist ja unglaublich. Ich werde vom Helikopter verfolgt. Ich weiß gar nicht warum. Ich hab... Was ist das? Ich weiß nicht, wer dieser Helikopter ist. Ich hab auch keinen blassen Schimmer. Ach, Konsuma ist das. Ach so. Ach so. Du bist ja auch da. So. Verdammt nochmal, wo ist denn der... Schleicht er sich einfach mal heimlich in das Spiel ein? Ist denn sowas möglich? Verdammt ey, ich will doch nur ein LKW haben. Ey, Mann. Hier fahren auch sonst immer zig LKWs rum. Wieso jetzt nicht? Mein rechter Blinker? Na toll, jetzt steck ich fest. Und mein Auto... Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon. Wo ist denn der... Der LKW steht doch normalerweise immer hier rum. Oder hier spawnen doch ab und zu welche. Wieso denn jetzt nicht? Mann. Wenn man einen braucht, ein LKW ist keiner da. Das ist doch... Wie kannst du da oben überhaupt sehen, dass ein Blinker kaputt ist? Aus der Entfernung. Ach so, okay. Mein Handy liegen. Du hast mein Handy, was? Das ist... Okay. Okay. Da fährt der Zug. Ich muss nochmal drehen. Vielleicht ist jetzt ein LKW da hinten gespawnt. Ja, so. Weil normalerweise fahren die hier rum. Oder die spawnen halt hinten an der Tankstelle sehr, sehr gerne. Oder fahren halt, wie gesagt, hier rum. Das ist auch möglich. Weil da gibt es nämlich einen schönen Berg. Da würde ich gerne mit so einem LKW mal runterspringen. Das habe ich schon mal gemacht. Das sieht so ulkig aus. Consumer ist ein Passivmodus. Kann das sein? Und hier spawnt kein LKW. Na, das ist ja... Das ist ja familös. Ohoho. Ich werde noch einmal hier ein bisschen weiter wegfahren. Vielleicht liegt es auch daran, dass keiner spawnt. Da hinten fällt einem... Da hinten fliegt einer mit dem Fallschirm runter. Da. Erstmal hinterher. Erstmal hinterher. Hinterher mit Steine. Hier bei mir irgendwo ist der. Ich habe ihn. Der kleine Stricher. Der kleine Stricher, ey. Der kleine Stricher. Das gibt es doch gar nicht. Alles klar, Kumpel. Alles klar, Kumpel. Ja, ja. Sehr, sehr gerne. Wo bist du? Wo ist der? Wo ist der kleine Stricher? Jetzt haut er... Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Guck ihn dir an. Jetzt verzieht er sich. Guck ihn dir an. Na, komm raus, du Lümmel. Komm raus. Trau dich. Komm. Komm. Butt, 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 butt. Komm. Er traut sich nicht. Er traut sich nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, der ist in seinem Haus. Oder in seiner Garage. Soll er rauskommen? Ich warte auf ihn. Ich glaube, der ist vorne rausgegangen. Kann das sein? Oder? Wo ist er denn jetzt? Nein. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ihn. Son of a bitch. Okay. La, 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 la. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ja, 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 ja. Ja, ja, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich glaube, der ist stinkig. Ich glaube, der ist ein bisschen stinkig. Kann mal versuchen, hier drüben irgendwo mich zu verstecken. La, 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 la. Vor der Bullerei ein bisschen. So, ähm. Genau, die nehme ich jetzt erstmal. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist... Ich habe zwei. Oh, scheiße. Fuck. Mein. Was war das denn? Irgendwie gerade... Headset-Problem. Bist du, dass der da mit dem Auto angefahren kommt? Okay. Da schießt einer mit dem Heli auf uns. Mit dem Heli. Ich habe schon mal den Heli gerufen. Geht weg! Geht weg! Pfff! Gott! Okay. 7.000 auf dich! Oje! Oje! Du bist, äh, 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 ja, du bist mein Komplize quasi. Deswegen. Nichts gegen! He. Du hast mir zur Flucht verholfen. So. Ja. Oh. Ich wünsch dir, es wäre auch mal so viel wert. Hilfe. Ach, herrlich. Nee, du, ich habe gerade keinen großen Plan. Ich muss mal eben kurz schauen. Moment, lassen wir mal auf die Karte schauen. Fahr aber erstmal weiter die Schienen. Wollen wir eben kurz gucken, welche Waffe... Ja, nehmen wir mal die hier. Ja, die sind immer noch hier. Da ist der Heli über uns. Nur so als Info. Was machst du da? Worauf? Die schießen auf uns mit dem Heli. Hallo? Siehst du den Heli nicht? Da ist doch der Lichtstrahl auf uns gewesen. Ich werde angeschossen, er... Oh Gott. Er wartet eiskalt. Ja, das wird schon passen. So, momentan ist keiner... Irgendwie uns auf den Fersen. Hier, warte mal. Hier könntest du vielleicht mal stehen bleiben. Da haben wir momentan auch kein Heli. Und unten fährt die Bullerei rum, weil so kommen die, glaube ich, jetzt erstmal hier gar nicht hoch. Aber da kommt der Heli schon. Fahr. Der kommt. Das bringt sonst nichts. Wenn der Heli uns sieht. Dann geht die ganze sch... Dann geht das ganze schon wieder von... Von vorne los. Ich glaube... Ja, oder? Nee. Boah, wie die da runterfallen. Wie die da runterfallen. Das ist... Boah, wie kommt... Hast du das gesehen? Ohohohohohohohohohohohoho. Äh, ja, da ist ein Polizist vorne. Hm. Da kommen sie, oh, da kommen sie aber jetzt on mass, da ist es jetzt, äh, Slalom fahren angesagt, wow. Das wird nicht gut, das wird nicht, das sieht nicht gut aus. Willst du mich verarschen, jetzt lässt du mich, das glaube ich jetzt nicht, ne? Das ist klar, jetzt hast du mich da einfach im Stich gelassen. Du hast mich wirklich im Stich gelassen, ist das, das dein Ernst, ist das wirklich dein Ernst? Du hast mich im Stich gelassen. Ich bin gestorben, wegen, wegen dir, Kopfgeld? Nein, sowas mache ich nicht. Ich habe einen Fluchtwagen, ich habe einen Fluchtwagen, ich habe einen Fluchtwagen, steig ein. Wo bist denn du? Ich sehe dich nicht, ach da, komm, steig ein. So. Bloß schnell weg hier. Ich habe gerade massive Soundprobleme auf meinem richtigen Kopfhörer, jetzt ist, ich glaube, ich muss mal den, äh, Stöpsel am, ja, die Nacht ist sehr dunkel gestellt, sehr, sehr dunkel gestellt. Merkst du das? Ich mag das, wenn Spiele richtig realistisch dunkel sind. Und, wow. Wow. Obstruction of justice. Äh, du schmeißt nicht auf unser Auto, ne, und drückst das, das ist, das wäre nicht vorteilhaft. Das wäre nicht vorteilhaft. So. So. Weeeeee. Och, du Scheiße. Ich fahre einfach mal durch die Pampa hier, so ein bisschen. Vielleicht kommen wir da ein bisschen besser der Bollerei weg. Wow, aber nicht so. Vielleicht mal X gedrückt halten, warte mal, X war das, ne? X gedrückt halten, genau. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Hättest du mir gerade eine Waffe am Kopf? Wolltest du mich gerade... Ach, scheiße, der Heli. Fuck. Hättest du mir gerade eine Waffe am Kopf? Fuck. Fuck. Voller die Waldfrucht. Aber der Playstation funktioniert auch sehr. zu finden, den Stream. Das ist schon mal super. So. Wir werden ja immer noch verfeucht, dass es... Das ist keine gute Idee. Mann. Zack, 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 zack. Wow. Das ist... Was war das denn? Was war das denn? Leitplanker? Ich glaube schon. Äh, hier... Ich glaube, ja, oder? Uah. Stop the car damn! Fuck. Mann, geht weg. Ihr stinkt alle. Ihr habt alle Mundgeruch. Woaah. 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 Mann, ihr habt auch weg. Fuck. Mann, scheißegal. Ich scheiß, was jetzt auf euch. Ich scheiß, was... Ich scheiß, was auf euch. Ich scheiß, was auf eure Gesetze. Ich fahre einfach querfeldein durch die Pampa. Genau, der Affe fährt. So. Tzzt. So, jetzt fangen sie uns an zu suchen. Das ist schon mal super. Aber der Heli kommt schon wieder auf der Karte, wenn ich das richtig sehe. Uah. Uah. Okay. Okay. Ja. Ja, das war ja dieser... Das war ja dieser Patch gewesen, ne? Ne, ne. Der war ja auch hier im Online-Modus. Der war ja nur für Weihnachten halt. Und für Silvestern so. Die Zeit. So. Ja, ja. Die gibt's, glaube ich, immer noch. Ich glaube, die gibt's immer noch. Hm. So, ich muss mal... Ich... Ich muss mal eben mein... Kleinen Moment, mein Headset mal eben hier richten. So. Jetzt sind die Störungen nämlich weg. So. Ja, die Sterne sind weg. Und, ähm... Dann werden wir mal eben... Huch, ich muss mal eben was im Rücken legen. So. 5, 6, 7, 1, 2, wo rechts oben. Wer schießt denn da auf mich? Was, 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 was will denn der? Sag mal, hast du... Was will denn der von mir? Ist der doof, oder was? Ich hoffe, sie schießen. Der hier war das. Der Spasti hier, oder? Oder wo ist der? Der war das. Sicher? Nee. Ich glaube, der war das. Der da gerade rumfährt. Da, den Berg hochfährt. Alter. Hm, ähm. Na gut, jetzt nicht mehr. Nehmen wir uns mal an. What fucking asshole? So. Jetzt haben wir schon wieder einen Stern. Das gibt's doch nicht. Och, und jetzt auch noch diese Gurke. Ah je, Mann. Ist auch noch so ein Elektroauto. Ja, ja, ich weiß, die Bullerei ist schon wieder da. Uh, oh, ah. Scheiße, fuck. Mann, grad die Bullerei losgeworden. Schon wieder am Arsch. Das gibt's doch nicht. Ich fahr nochmal querfel ein durch die Pampa hier. Da hinten seh ich irgendwo. Mhm. Hm, genau. Ja, was heißt, ja, bis es wiederholt, bis es irgendwann weg ist von der Karte, verschwunden ist. Oder du zerstörst es. Weil es ist ja nicht versichert. So. Hubschrauber weiß ich nicht. Wow, wow, wow. Ja, natürlich. Klar, sich, ja, natürlich. Genau. Und das mit dem Elektroauto. Ja, super. Pssst, wir schleichen hier mal durch die Pampa. Ganz leise. So. So. Ja, ich glaube auch, dass das viele eingeschlafen sind. Und nicht mitbekommen haben, dass das Spiel gewechselt hat. Gut, ich finde, ich muss dazu sagen, ich finde auch GTA eher so für den Stream ist es okay. Aber eher, wenn du dann wirklich mit mehreren Mannen spielst. Und auch in der Party dann bist. So für Dings. Es ist echt so allein. Es ist so, naja, gut. Nee, nee, nee. Das ist eher was dann, wie gesagt, für... Ja, das stimmt. Ja, das ist ja angekündigt für die Playstation 4. Ja, ja, das steht. Das muss ja erstmal auf dem PC fertig werden. Okay. Ja, da habe ich mich ja angemeldet für die Beta. Für Planetzeit 2 Beta. Ich glaube, auf der offiziellen Homepage von Planetzeit. Ich glaube, da kannst du dich dann anmelden. Du musst es einfach mal googeln. So. Am Limit. Am Limit. Nee, das ging, glaube ich, nur bei San Andreas. Tennis können wir aber eine Runde spielen. Darf ich drauf. Eine Runde Tennis. Ich auch noch nicht. Doch, auf Playstation 3. Auf Playstation 3 damals einmal. Das ist, äh, ja. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Huch. Was war das denn? Der da rausgejumpt ist. Okay. Vielleicht hättest du doch lieber die Fahrertür nehmen sollen. Was machst du denn da? Achso. Okay. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich gehe ja schon. Ja, ja, ja. Oh, toll. Jetzt habe ich schon wieder zwei Sterne. Halt du unbedingt das Auto fahren willst. Warum? Äh, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ich fahre lieber BMW. So. Ja, super. Jetzt habe ich eben zwei Sterne. Hey, da drüben ist ein Parkplatz. Vielleicht stehen da noch viel bessere. Oh, hier ist das ja ein reines Paradies von Autos. Ich verstecke mich einfach hier. Hier findet mich keiner. Hinten findet mich einfach keiner. Psst. Hier findet mich einfach keiner. Ja, er bringt die Bullerei noch mit. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Hey, hey. Mich sehen sie aber nicht. Mich sehen sie aber nicht. Mich sehen sie aber nicht. Scheiße, sie sehen sie mich doch. Fuck. Mann. Er bringt die Bullerei mit auf den Parkplatz. Ey, das gibt es doch gar nicht. Such dir einen eigenen Platz. Mann, komm. Sieh zu, dass du einsteigst hier. Wo bist du denn? Mann. Wo ist er denn? Ach da. Huch. Oh, da hat irgendeiner was geschmissen. War da gerade ein anderer Spieler? Ne, noch nicht. So. Allies, Speedy, stop the car. Oder Blendgranate. Ne, ins Auto schmeißen glaube ich nicht. Mann, geh an die Seite. Oh, wir fahren jetzt ins Parkhaus. Oh, oh. Oh. Da bin ich mit dir alleine. So. Doch, ich fahre nur ganz langsam. So. Nee. Hä, 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 hä. Prozent Warte mal meine da muss die Tür für muss die Tür auch auf sein Warte mal Prozent die Tür ist Kassel Scheiße der macht sofort die Tür zu oder du müsstest vielleicht mal deine Tür aufmachen deine Fahrer eine Fahrradtür und dann Prozent eine Beifahrertür und dann einfach losrennen also nicht einsteigen sondern einfach einsteigen einmal kurz antippen und dann wegrennen achso ok wieso habe ich jetzt einen Stern ok ich frage jetzt gar nicht warum nee weil du einen Stern hast und bei mir eingestiegen bist deswegen genau deswegen genau deswegen der hat echt einen geilen Sound das Auto wieso gehen die nicht wollen mich verarschen hi girls and guys hello willkommen zur let's play live show wo zum stunden Marathon stream wir haben schon Reson Evil durch sind bei GTA jetzt angelangt weiß gar nicht was was dieses noch streamen schauen wir mal boah boah guck dir mal die dicke an boah alter Finne boah das ist ein lecker Mädchen mhm schätze Gisela Gisela das war wieder Gisela von wow von Reson Evil die diebe Gisela hey ich wollte unbedingt mal wieder zum Friseur Gisela 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 du ver ja Gisela du machst mich verrückt Gisela du geiles Stück Gisela 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 ach hör doch auf damit mhm so jetzt wollte ich doch mal kurz verschauen jetzt mhm nee müsste noch deiner seine da rumschwirrt glaub ich ja Moment ich auch ich bin mhm ich bin nämlich gerade reif deswegen mhm ja muss mal erst die Waffe wegpacken boah guck dir die dicke an boah das wär doch was für dich lecker Mädchen lecker Mädchen lecker Mädchen oh ja 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 hier ich bin zuerst ja ich ähm was was du bist doch durch den Boden gefallen der Stande jaja ja du musst kurz warten ich bin sofort fertig ich muss noch mal hin kurz gucken die Kuh ist blöd da geh ich nie wieder hin da ist immer voll ähm ähm Make-up ne wieso Frisuren Afro gibt's gar nicht mehr oder was brrrr Alter ich sehe aus wie Ronald McDonald kann man da auch die Haarfarbe ändern äh äh ich sehe aus wie Ronald McDonald ich muss noch eben die Haarfarbe ändern Moment kann ich das noch machen geht das ach Mist jetzt habe ich das schon ausgewählt oder was äh äh Farbe ach so das ist Moment ja ich bin sofort fertig muss noch eben kurz gucken ja so ja ja nehmen wir Hallo meine Freunde ich bin Ronald McDonald du was war das denn sehr schön Dankeschön deswegen muss ich meine Maske tragen hm 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 so jetzt darfst du zum Friseur hm 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 ich muss mal eben, Moment sag ich wirklich aus wie es ist Moment, deine Augenbrauen? Alter was sind das was molecule Zuschauer So, Moment, ähm... Ja, der Friseur ist gerade beschäftigt. Gisela! Äh... Moment, hä? Wieso... hä? Hier ist es, glaube ich.